Sollen CAD-Daten von einem in ein anderes System übertragen werden, kommt es oft zu Fehlern, welche meist durch richtige Einstellung vermieden werden können. Dazu ist es wichtig, den Datenübertragungsprozess auf beiden Seiten zu betrachten und einzustellen. Je nach CAD-System stehen dazu bereits im Schreiben der Daten diverse Optionen zur Verfügung. Werden diese nicht beachtet, kann es zu unterschiedlichen Fehlern kommen. So kann die Trim-Information von Flächen falsch interpretiert werden, was zu unerwünschten Ergebnissen führt. Ein weiteres Problem stellt die Information der verbleibenden Bereiche einer getrimmten Fläche dar. Häufig treten Lücken zwischen den Flächen auf, welche es nicht mehr zulassen, ein geschlossenes Solid zu erzeugen. Diese Lücken können sich im Chem-Prozess bis auf das fertige Bauteil durchziehen. Nutzen Sie daher die CAD-Funktionen, um diese Probleme zu umgehen. Je nach verwendeten CAD-System stehen Ihnen unterschiedliche Funktionen zur Beurteilung der Datenqualität zur Verfügung, sowie zur Reparatur Ihrer importierten Daten. Beachten Sie dabei, dass eine Reparatur importierter Daten immer die letzte Option sein sollte. CD-Funktionen, wie die maximale Abstände der Flächenbegrenzung zueinander anzeigen, helfen Ihnen die Bereiche zu finden, welche einer Nachbearbeitung bedürfen. Entscheiden Sie anhand der Ergebnisse, ob sich eine Reparatur lohnt oder besser ein neues Bauteil mit angepassten Einstellungen der Schnittstelle angefordert werden soll. Sind die entstandenen Lücken in Abstand und Anzahl zu groß, sollte von einer Reparatur im CAD abgesehen werden, da hier nicht bekannt ist, wie das CAD-System die Daten repariert. Am Ende eines jeden Importprozesses sollte vor der CAM-Bearbeitung immer ein sauberes Modell zur Verfügung stehen. Bei weiteren Fragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen gerne zur Seite.